Hallo, ich bin Dirk Aßmann, Leiter der Personalabteilung der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Auf unserer Suche nach zwei passenden Trainees haben wir ein Assessment Center veranstaltet. Die beiden Trainees, die wir da gewinnen konnten, lernt ihr jetzt kennen. Hi, ich bin Laura, 26, komme aus Nürtingen und bin seit Mai Trainee in der FDP-Bundestagsfraktion. Ich habe an einer französischen Elite-Uni studiert. Neben dem Studium habe ich als Social-Media-Redakteurin gearbeitet, in der Pflege und am Band. Und nach dem Studium wollte ich dann eben etwas machen, was mindestens genauso vielfältig ist und nicht nur mich, sondern eben auch die Gesellschaft voranbringt. Hey, ich bin Jennifer, 25 Jahre alt, gebürtige Berlinerin und bin seit Mai 2019 Trainee für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist Erna. Eigentlich ist sie sonst nicht so oft hier. Ja, ich habe Anfang des Jahres meinen Politik-Master abgeschlossen und ich war auf der Suche nach einem perfekten Berufseinstieg. Und da bin ich auf das Trainee-Programm der FDP aufmerksam geworden, was mich sehr überzeugt hat. Ich darf verschiedene Kommunikationsabteilungen durchlaufen. Ich war schon in der Pressestelle, ich bin jetzt aktuell in der Öffentlichkeitsarbeit und da später noch ein Social-Media-Team in die Umfeldanalyse. Bei mir hat zum Beispiel angefangen an Tag 1 mit einer Sitzung des EU-Ausschusses. Und da sitzt man dann plötzlich mit Personen in einem Raum, die man sonst nur von Anne Will kennt. Das gibt dazu auch die Möglichkeit, der Partei und der Stiftung zu hospitieren und einen Auslandseinsatz zu absolvieren. Also ein rundum tolles Programm. Außerdem lerne ich lieber von Menschen als aus PDF-Dokumenten. Deshalb freue ich mich besonders, dass eben die Kollegen einem vermitteln, wie das politische Berlin tickt. Da ergeben sich natürlich jeden Tag tausende Fragen. Und da ist es natürlich besonders toll, dass wir einen Mentor während des ganzen Traineeships zur Seite stehen haben. Mein Name ist Julian Jakob. Ich bin Referent für Europapolitik bei der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten im Hauptberuf. Und im Nebenberuf bin ich Mentor bei unserem Trainee-Programm unserer Fraktion. Ich habe da die Gelegenheit, das, was ich in zehn Jahren Berufspraxis bei der Fraktion im Deutschen Bundestag gelernt habe, weiterzugeben. An zwei wirklich wissbegierige Personen, die sehr, sehr engagiert sind, dabei zu erfahren, wie Politikberatung funktioniert. Es ist einzigartig. Keine andere Fraktion oder Partei bietet es so an. Und man hat eben die Möglichkeit, viele Bereiche zu sehen. FDP-Fraktionen, die sind jung, dynamisch. Hier passiert viel. Da gehöre ich hin.